Hallo und herzlich willkommen zu den Shutter News. Alles, was in der letzten Woche so rund um die Technik passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Legen wir los. Fangen wir mal mit der Insta360 Go 3S an. Denn auf den ersten Blick könnte man meinen, sie hätte als einziges Feature nur neu bekommen, das sie jetzt auch 4K aufnehmen kann und nicht nur 2,7K wie bei dem Vorgänger. Nein, sie hat dann auch einige mehr Features gespendet bekommen. So hat sie jetzt nämlich auch ein neues Weitwinkelobjektiv, auch mit der Möglichkeit, das Ganze jetzt dann auch schon direkt in der Kamera einzustellen, dass man dann jetzt keine Verzerrungen mehr drin haben will. Diese Weitwinkelkamera ist ja nämlich so, es gibt dann so schräge Linien und das will man ja manchmal nicht. Und das kann man dann jetzt dann direkt dann schon auswählen für einfach ein schöneres Bild. Es gibt jetzt auch einen Intervallfilmmodus, das heißt, wenn man das jetzt zum Beispiel dann hier so auf der Brust oder an dem Helm befestigt hat, dass dann die Kamera dann immer sich dann von selbst dann automatisch einschaltet und dann halt immer so welche kleinen Videoclips dann filmt, die man dann halt dann nachher dann einfach dann im Videoschnitt zusammenfügen kann. Ist sehr nett, dann kann man dann halt so kleine Aufnahmemomente dann immer dann mal abfilmen und muss dann nicht dann dauernd selbst immer dran denken, das abzufilmen. Also dann halt drauf zu drücken. Für mich wäre das jetzt nichts, denn stellt euch vor, der filmt dann im Falschummoment und man steigt dann gerade vom Fahrrad ab und dann hat man dann nur den Boden drauf. Wenn man zum Beispiel auf dem Helm ist, dann guckt man nur auf den Boden. Ich würde das dann selber dann nochmal dann selber einmal dann draufklicken, dann einmal filmen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel mehr aufwandert wäre. Ich glaube, das würde ich dann eher machen. Sie ist jetzt mit besseren Magneten ausgestattet, sodass man das jetzt dann auch noch stärker hier an der Brust zum Beispiel befestigen kann, an diesem Magnethalter, soll jetzt besser sein. Und interessanterweise ist die Go 3S jetzt auch in dem Apple Find My Netzwerk mit integriert. Ist wirklich sehr gut, ist einfach zum Wiederfinden, dann muss man sich fast keine Sorgen mehr machen, dass man sie irgendwie verliert. Sie ist 10 Meter wasserdicht und wie es so sein muss 2024, hat sie auch KI-Gestensteuerung mit einverbaut. Die Insta360 Go 3S gibt es jetzt in der 64 GB Version für 400 Euro und in der 128 GB Version für 450 Euro. Ja, finde ich, ist erstmal ein guter Preis. Nur jetzt muss man sich wieder angucken, es gibt ja auch die Insta360 X4, eine 360 Grad Kamera. Ja, es sind ganz, ganz verschiedene Kameras, die einen ganz anderen Anwendungszweck haben. Die Insta360 Go 3S ist eine sehr kleine Kamera, womit man dann so welche coolen Shots machen kann, die mit einer größeren Kamera nicht möglich wären. Allerdings ist die X4 auch schon relativ klein und es bietet halt auch noch dieses 360 Grad Feature, was ich persönlich besser finde. Aber wer diese Kompaktheit dann einfach haben möchte und das sich dann einfach auf den Helm zum Beispiel klippen möchte, was auch mit der X4 möglich gewesen wäre, kann man sich dann natürlich auch die Kamera kaufen. Nicht zu übersehen ist auch, dass Apple diese Woche ihr neues Software-Update vorgestellt hat. iOS 18 und macOS Secura oder wie das auch immer heißen soll. Hier möchte ich nicht alle Features reinpacken, denn die habt ihr bestimmt schon auf Plattformen wie TikTok mal schon gesehen. Ich möchte nur meine Lieblings neuen Features einmal vorstellen, die ich auch nützlich finde. Das, was ich persönlich am besten finde, ist, dass Siri jetzt neuerdings mit KI ausgestattet sein soll. Eine Version von ChitGPT soll jetzt hier mit drin laufen und das finde ich wirklich grandios. Ihr wisst, Siri war bisher früher immer wirklich saudumm. Wenn ihr etwas gefragt habt, kam meistens immer irgendein Internetartikel oder es kam eine Antwort wie Ich habe es nicht verstanden oder sonst irgendwas. Jedenfalls kann man sagen, Siri war wirklich nichts gegen die anderen Sprachdienste, wie zum Beispiel die von Google oder die von Samsung. Die waren schon wirklich viel, viel besser. Es gibt aber einen Haken, den ich am Ende erzählen werde. Ein weiteres Feature, was ich wirklich sehr, sehr cool finde, ist, dass es jetzt erweiterte Privatsphäre gibt. Das heißt einfach, dass man dann, wenn man auf eine App geht, dass man dann einstellen kann, ob man dann vielleicht Face-ID abfragen soll. Das ist wirklich sehr nützlich. Bei manchen Apps, lass es Google sein. Oder bei anderen Apps, wo man halt einfach nicht möchte, dass andere so schnell einfach drauf zugreifen möchten. Aber mal abgesehen davon, wenn man jetzt in so einer Runde ist unter Freunden und man möchte den Chatverlauf oder den Suchverlauf sehen, dann kommt man mit dieser Sicherung auch nicht davon. Dann wird man ja sozusagen gezwungen, das eben zu entsperren, um das ja sehen zu können. Also ja, aber mal abgesehen davon, es ist immer noch ein schönes Feature. Extrem super finde ich, dass man jetzt einen externen Zugriff auf das Handy hat, auch von dem Mac aus gesehen. Ich weiß nicht, wie Apple darauf gekommen ist, ich finde das einfach genial. Ich weiß nicht, wie oft es mir jetzt schon vorgekommen ist, dass ich an meinem Computer sitze und ich noch etwas auf meinem Handy gefilmt habe und das noch eben eigentlich auf meinen Computer ziehen wollte, ein PRA-Drop und dann halt Videos dann raufziehen wollte. Das geht jetzt viel einfacher. Jetzt muss ich dann nicht mehr mein Handy dann von einer Etage unter mir holen und dann erst das dann PRA-Drop schicken. Nein, ich kann jetzt dann einfach, wenn das dann im selben WLAN drin ist, aufs iPhone klicken und kann dann hier dann sozusagen den iPhone screenen, dann auf meinem Mac und kann dann auch von da aus alles steuern. Das finde ich einfach nur grandios. Und die letzte Neuerung, die ich gut finde, ist, dass es jetzt auch eine selbstgemachte Passwort-App von Apple gibt. Bisher musste man ja immer so welche Dritthersteller-Apps nehmen, wie Safe & Cloud, was weiß ich, was es da alles so gab. Jetzt gibt es das dann auch von Apple selber und man muss sich dann nicht mehr diese Dritthersteller-Apps runterladen. Mich würde dann jetzt nur noch mal interessieren, gibt es dann auch diese Upgrade-Funktion, denn diese ganzen Verschlüsselungs-App, da haben wir dann immer noch mal eine normale Version, aber auch noch mal eine erweiterte Version, wo du etwas einbezahlen musst. Gibt es diese dann auch bei Apple? Das wissen wir noch nicht. Ich habe ja am Anfang erwähnt, dass es einen Haken gibt. Diese ganzen Apple-KI-Funktionen werden nur auf allen Geräten mit mindestens M1-Chip laufen und was die iPhones angeht, nur auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Und das finde ich so, also wirklich gar nicht gut. Ich meine, ich habe momentan ein iPhone 13 Pro Max und ich würde jetzt mal nicht sagen, dass das jetzt relativ alt ist. Und ich meine, hallo? Das sind einfach nur zwei Generationen hinter dem, was jetzt gerade ist. Apple sagt jetzt, ja, das kann nicht mehr dann gehandelt werden, weil dann halt diese neuen KI-Chips dann auch eingebaut werden müssen, in dann die neueren iPhones und nur das iPhone 15 Pro ist dafür dann geeignet. Bin ich nicht mit zufrieden. Aber gut, das war es jetzt erstmal mit iOS 18 und dem neuen Apple-Update. Jetzt gibt es noch eine Sache, worüber ich mich da interessiere, nämlich morgen, also wenn ihr das Video seht, an dem heutigen Tag soll die Nikon Z6 III veröffentlicht werden. Und da hat jetzt Peter Pixel auch schon angekündigt, dass sie das jetzt schon momentan reviewen und dann auch wann wahrscheinlich dann heute, an dem heutigen Tag, das dann veröffentlicht werden. Peter Pixel hat ja vor ein, zwei Tagen ein Video rausgebracht über die Voidlander-Objektive und da haben sie drunter geschrieben, This episode was shot on the Panasonic GH7. Sprachenlernen Bubble. Ja, ist möglich, aber ich glaube auch, das könnte möglich gewesen sein, dass sie das mit der Nikon Z6 III gefilmt haben. Das haben sie ja schon mal gemacht, dass sie dann schon mal gesagt haben, sie hätten das mit einer anderen Kamera geschootet, aber am Ende war es dann doch die GH7. Ich bin mal gespannt, was die dann morgen, in den nächsten Tagen sagen, dass das dann doch vielleicht mit der Z6 III gefilmt wurde. Aber das wissen wir nicht, es ist gerade nur eine Vermutung von mir. Die Z6 III soll immer noch 24 Megapixel bekommen, was okay ist. Ich finde, man hätte da auch ruhig mal einen Schritt weiter gehen können, vielleicht mal 30 Megapixel einbauen können, das wäre schön gewesen, ist aber auch noch verkraftbar. Diese soll dann mit 40 Bildern der Sekunde Serienbilder schießen können, was sehr beeindruckend ist. Ob das jetzt wirklich viele brauchen werden, ist eine andere Sache, aber ist immerhin schön, das zu haben. Und es soll auch 6K bis 60 FPS möglich sein und 4K bis 120 FPS. Die Besonderheit in 12-Bit NRAW. Da würde ich auch sagen, zu Recht, denn wozu haben sie dann auch die Marke RED gekauft? Da können sie doch dann auch das jetzt super integrieren. 4K Pores in 10-Bit mit 60 FPS soll auch vorhanden sein und eine Pixel-Shift-Funktion soll auch vorhanden sein, sodass man dann wieder mit dieser Sensorbewegung dann ein 96 Megapixel Bild hinkriegt. Fand ich bisher nicht so attraktiv, denn das Ganze war nur im JPEG-Modus vorhanden. Wenn das mal in RAW rauskommen würde, dann wäre das doch mal eine Besonderheit. Was ich jetzt noch so von mir erzählen kann, ist, dass ich momentan zwei Aufträge bekommen habe, ein YouTube-Video über deren Produkte zu machen. Momentan nutze ich die Schnittsoftware Wondershare Filmora und damit seht ihr auch gerade so das, was ihr seht. Ich habe da bisher einiges ausprobiert und ich bin wirklich sehr auch beeindruckt von dieser Plattform und ein Video wird dann auch entsprechend Donnerstag oder Freitag dazu rauskommen. Was ich noch zugeschickt bekommen habe, ist so eine Lichtbox, wodurch man dann professionell Gegenschöne fotografieren kann mit dann entsprechend einem schönen, sauberen, weißen Hintergrund oder auch anderen Hintergründen. Da wird es dann auch nochmal die nächste Woche dann auch nochmal ein Video zu geben. Da freue ich mich dann auch schon mal drauf, um das Video dazu zu drehen. Gut, das war es jetzt aber mit der Technik-News. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Noch eine Sache zuvor. Ich filme heute in dem Format 21 zu 9 war das, glaube ich. Wie gefällt es euch? Findet ihr 16 zu 9 besser? Das war es jetzt aber, wie gesagt, ich sage einfach mal ciao.